hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video von mir und zwar dieses mal aus dem car detailing simulator einen wunderschönen mittwoch mittag wünsche ich jo ich hoffe ihr seid in die neue wochen gut eingestartet habt ihr ein schönes osterwochenende gehabt und jo dann schauen wir uns einmal das neue game an und dann würde ich sagen legen wir los und was geht es in dem game da geht es um restaurieren waschen und so weiter aber das sehen wir jetzt im video schauen wir uns einmal das an schreibt gerne einmal eure meinung in die kommentare und dann packe ich den link zu dem game in die kommentare in die kommentare auf jeden fall in die infobox und dann passt das da sehen wir schon ein unsauberes Fahrzeug da sind eben die werkzeuge da ist eben der specksektor schau mal schauen wir uns das mal arosari ok jetzt machen wir das mal schaumig und dann kollegen noch und dann schauen wir uns das mal und dann schauen wir uns das mal auf dann da 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 das Das war's für heute. 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 Das war's für heute.